Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Listed. Wir sind wieder seit langer Zeit mal zurück in Tunesien auf der Seite Darksmächte und starten mit dem Jagdpanzer der Italiener, der M41 oder wie ich ihn nenne, Stuck auf Wish bestellt, denn das Ding ist einfach nicht gut. Also es hat gegen Alliierte Panzer keine Chance, also du kannst gerade mal so ein M1 Grunt ans Bein pissen, wenn der keinen Bock hat und ein Sherman 2, da machst du gar nichts und einen guten Crusader kannst du aufs Core nehmen und einen Tetrach, aber die kannst du auch mit allen anderen Sachen aufs Core nehmen, also ein MK2 halt, das ist halt ein Tetrach. Ja, und ansonsten hat das Ding auch kein MG, sondern das geht halt nur auf diese Art und Weise und hier verglitscht ist das hier auch noch und ich achte gleich, aber okay. Oh, warte mal, ich fahre viel zu weit, stopp, 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 ja, ihr habt davor gerade schon eine Runde gespielt, Tunesien, na klar, zum Warmwerden und habe sechs Panzer kaputt gemacht, alle samt M1 Grunt und Sherman 2, weil der Gegner nur sowas hatte, mit der Stuka, war gut, war gut. Hab mich ein bisschen gegangen, dass ich ihn aufgenommen habe, aber naja, das Leben ist hart. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz hier umorientieren. Das wird doch schon wieder nix hier. Oha, oha, da oben, da könnte man mal hinschießen. Zwei. Ja, Splash-Schan hat das Ding auch nicht großartig, ne, das hat halt nur Panzerabwehrgranaten und die machen halt nur bedingt Splash an Infanterie. Also jetzt nicht so wie es beim, ähm, beim M8 zum Beispiel ist mit seiner kleinen Hobbitze und so, ne. Aber dafür ist das Ding eigentlich auch nicht gebaut, das Ding ist eigentlich als ein Panzerjäger gedacht. Aber du hast ja nur zwei gegnische Panzer auf einmal immer hierhin entlistet, also ist mit Panzerjagen nicht unbedingt so großartig was. Naja. Da lag, ach, die waren schon hinüber, okay. Aber ich brauche eine andere Position, ich bin viel zu nah dran an der Infanterie. Also auch wenn ich jetzt, oh ne, Bombe, nö, 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 nö. Wow, das war ein fetter Volltreffer. Äh, ja. Ja, was wollte ich sagen, achso, ähm, auch wenn ich jetzt gerade nicht allzu viel Gutes über den M41 zu berichten hatte, also er kann schon Spaß machen, man kann damit, man kann damit, wenn da Crusader kommen und Tetrach und hin und wieder auch mit M1's Grunt, die kannst du schon aufs Chor nehmen, das kann schon Spaß machen, aber machen wir uns nichts vor. Fahrzeugtechnisch, also Panzertechnisch sind die Achsen den Alliierten hier deutlich unterlegen. Also, mit so einem M1's Grunt, mit so einem Panzer 2, äh, mit so einem Sherman 2, da nimmst du alles aufs Korn. Deswegen freue ich mich auf das Progression-Update, äh, denn den Panzer 3 und 4, den kriegst du irgendwie erst mit Level 30, 40, 1000 oder so. Und ich hoffe ja mal, wenn nicht das Progression-Update dann raus ist, dass ich dann, weiß ich nicht, meinen Panther mitnehmen kann oder so, ich weiß nicht, wie das laufen soll. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dann hier in Tunesien mit einem Panzer rum, mit einem Panther rum zu cruisen oder so, aber... Naja, wir gucken mal, wie es wird. Dürft ja eigentlich nicht mehr so lange hin sein, bis es rauskommt. Aber einmal, aber einmal kriegst du damit ein M1's Grunt kaputt. Aber, ähm, ein bisschen habe ich auch Schiss, wenn das Update rauskommt, dieses Progression-Update, weil ich echt befürchte, dass das voll in die Hose geht. Und, dass da irgendwas nicht passt oder, äh, dass es dann alles so komplett kurios ist, da weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt, ich lasse mich gerne alles Bessere mit lernen. Weil ich sehe jetzt schon, wie japanische Streitkräfte den D-Day erstürmen. Und verteidigt wird er von der Sowjetunion. Also, so. Das, das, das kann der sich schon. Aber, wie gesagt, da warten wir einfach mal ab. Vielleicht wird es ja auch wirklich mega gut, also. Ich bin gespannt drauf, ich denke mal, ihr auch. So, jetzt widmen wir uns aber wieder dem Geschehen hier. Wir haben ja noch nichts gemacht. Das ist nicht gut. Wir wollen ja ein bisschen Action. Gut, das hat schon wieder nicht funktioniert, dass hier jemand mal sagt, wo man die Bomben abwerfen soll. Äh. Gut, ich glaube nicht, dass ich die da hinwerfen will. Das ergibt für mich keinen Sinn. Oha, der Schieß. Au, au. Nicht meine Karten. Au, 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 au. Nein, nein. Ja, okay, sehr gut. Eine Sache gibt es doch noch, die ich jetzt mal ganz kurz erwähnen möchte, die mir wirklich bei Enlisted ziemlich auf den Sack geht. Das ist, dass ich nicht von den Piloten in die Heckschützenansicht wechseln kann, wie man es bei Warthunder zum Beispiel machen kann. Für die, die jetzt Warthunder nicht gespielt haben, wenn ihr im Flugzeug unterwegs seid, könnt ihr zwischen den einzelnen Schützen wechseln. Müsst natürlich aufpassen, wo ihr hinfliegt, ne. Ist klar. Also ihr könnt ja nicht in Sturzflug sein und dann in Heckschützen spielen. Gibt kein Autopilot. Denn die, ähm, denn der, der Heckschütze, den ihr habt, also, ich spiele Warthunder jetzt seit Oktober letzten Jahres und ich habe erst einmal gesehen, dass mein Heckschütze ein feindliches Flugzeug abgeschossen hat. Und ich glaube auch nur, dass das an Altersschwäche gestorben ist und abgestürzt war. Aua. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass man selber die Kontrolle über den Heckschütze nehmen kann. Wie gesagt, kein Autopilot, also das Ding musst du halt noch selber irgendwo halt geradeaus fliegen oder so. Das würde ich mir noch wünschen. Das wäre ein super cooles Feature, was ich feiern würde. Denn dann ist man nicht immer sofort instant. Geschichte, wenn ein Feindflieger hinter dir ist. Hier mal ein Gewehr. Au, das sieht schmerzhaft aus. Ja, 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 ja. Das läuft schon wieder alles. Also in Tunesien werde ich in letzter Zeit nur noch von Alliierten überrannt. Deswegen habe ich so lange auch kein Tunesien mehr gespielt. Das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Ach! Jetzt war jemand anders schneller. Oh. Ich überlege kurz, ob ich jetzt noch kurz warten, bevor mein Funker wieder niedergeschossen wird. Bevor wir uns da jetzt ins Getümmel stürzen. Leute, es wäre gut, wenn ihr es verhindern würdet. Ach du heilige, was ist denn hier kaputt? Das könnt ihr aber nicht so stehen lassen. Das geht nicht. Alter, ich schieße, als hätte ich Lack gesoffen heute. Ist ja fürchterlich. Der ist schon kaputt. Hat irgendjemand draufgeschossen. Ich war es nicht. Ah, ich verziehen. So, geht das. So. Wo gehen wir jetzt hin? Sauber. Meine Artillerie ging wieder komplett ins Leere. Haben die da hinten jetzt auch noch einen Spawn gesetzt? Oder wo kommt der jetzt hergelaufen? Ach, verschossen. Das ist schlecht. Genau, gib auf. Habe ich nicht aufgegeben. Er hat ganz und gar nicht aufgegeben. Nein. Das war frech. Könnten auch mal einen Spawn setzen da vorne, ob man eine schnelle Flugkampf fährt. Das wäre noch eine Idee. Von wo kommen die? Von wo kommen die? Von wo kommen die? Ah, das schaffen wir nicht mehr. Oder? Ja, genau. Einmal mal alle vorbeigeschossen. Habe ich schon mal gesagt, dass das keine gute Runde wird? Hallo, schießen. Nö. Ja. Das lief jetzt nicht so toll. Hier kommt doch überall Artillerie runter, ne? Da könnte man da oben eine Pack positionieren. Das könnte vielleicht was werden. Von hier aus. So. Ja. Das könnte sexy werden. Magst du da vorne nicht so frei rumstehen? Das ist ein bisschen doof. Geh mal hier hin. Gut. Geh ins Haus. Och, okay. So. Jetzt brauchen wir nur was, auf was wir schießen können. Hm. Leute. Hört auf, vor meiner Flinte rumzurennen. Dahin. Tja, jetzt habe ich hier einen Geschütz stehen und hier ist niemand. Rechts ist ein Panzer, aber den kann ich nicht erreichen von hier aus. Aber vielleicht kommt er hier vorne lang gefahren. Das wäre toll. Ich habe so das Gefühl, dass hinter uns die Party abgeht. Au. Ja, mit dem Gewehr kannst du auch nichts reißen, ne? Da musst du auch schon auf den Meter dran sein. Was hat denn der für eine coole Tarnung? Hey. Ja, und jetzt kommen natürlich alle Gegner angelaufen, ne? Jetzt, wo ich die Pack nicht mehr haben. Ich habe keine Lust mehr, ganz ehrlich. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause. Ach ja, meine Leute sollten vielleicht mitkommen. Ich kriege meine Pack wieder. Danke. Jetzt ist wahrscheinlich niemand mehr da. Naht, naht. Ich dachte, der hätte jemanden gesehen. Oh, die stehen hier vorne. Und da hoch. Lol. Der Feind, dem Link und euch. Das sind ziemlich stabile Sandsecke. Okay, ja. Das war fies. Ich hätte ja gerne nochmal den Panzer... Jetzt kann ich den Flieger auch nicht mehr nehmen. Oh Mann, ey. Das ist doch echt ätzend hier heute. Fällt mir, ich wollte eigentlich einen Spawn setzen, wisst du? Kein Geil mehr. Oh, ich höre hier einen Spawn. Geht mir das. Geht mir das. Ach komm. Okay. Ja, das war jetzt meine Schuld. Das war ganz klar meine Schuld. Das war dumm. Aber wir müssen diesen Spawn da ausschalten. Wo war meine... Puck... Ah, die ist... Äh, Puck, sagst Flack. Da kommen wir nicht mehr hin. Vielleicht sollten wir kurz warten. Und noch ein paar Meter weit weg gehen. Die stehen da vorne noch, ne? Habe ich das Gefühl. Hier mal reinwerfen. Oha. Danke, dumme KI. Da ist das Ding, was ich gesucht hatte. Das ist. Habe ich mich gerade erschrocken. Ihr habt das alle überlebt? Cool. Vielleicht mal einen kurzen Augenblick warten. So, und weiter. Einmal um die Straße rüber. Man sieht ihn zwar nur schlecht, aber da hinten sitzt jemand. Der ist schon wieder. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ich hatte jemanden vorbeiruscheln sehen. Okay. Okay. Das war jetzt mal ein Problem. Ja, ist ja gut. Verruhigen wir uns alle mal ganz kurz. So, jetzt kommen wir nochmal mit dem komischen Stuck auf Wish bestellt rein. Den Wish-Stuck. Ist der Entfernung vielleicht? Kann ich den sehen, ne? Auf gut Glück. Also diese Optik hier ist auch so oft beeinträchtigt. Gerade so, wenn so ein paar Bäume oder Äste im Weg sind, ne? Dann ist das Ziel manchmal ein bisschen schwer. Jetzt ist wieder der Ton-Bug drin, den ich schon ein paar Mal hatte. Ist immer, wenn irgendwo mal so eine laute Explosion kommt, so eine 1000-Fund-Bombe oder sowas, dann ist der Ton plötzlich um die Hälfte leiser. Und beim nächsten großen Knall, dann ist es halt wieder ganz normal. Vielleicht hat den ein oder anderen auch von euch das Problem. Oder nur wieder ich. So, bleiben wir mal kurz hier. Oh, das ist eine blöde Idee. Die kommen ja von links, ne? So, ich wollte kein Munition wechseln, halt ja nur die. So, die macht kaum Splash. Da oben sitzt was drin. Ja, ich meine, man hat das erwischt. Ich würde ja gerne mal auf den Panzer schießen, aber es kommt keiner. So, jetzt ist ja auf mit dem Geschütz da rumzuspielen. Drehen. Na, vielleicht mal von der Seite versuchen. Oh, da oben ist vielleicht nicht schlecht. Da sind wir ein gutes Ziel für Bomber. Aber zumindest haben wir sie jetzt relativ gut zurückgehalten. Ne, noch ein Stück drehen. Ah, es ist kein Problem, dass ich so einen Punkt nicht schießen. Das ist ja blöd. Kann ich dir geben, da es zum Beispiel ist ein... Ne. Wow, ich hab den gewonshotet. Ich sag ja, hin und wieder kann man auch mal einen Gegner oneshotten, ne? Das geht halt auch mit dem. Aber halt, das ist... Es ist kein cooler Panzer, wenn man die anderen alle mal gespielt hat, so, ne? Wenn ihr so ein Panzer IV, T-34, meinetwegen M4, eine Su-85 oder so, ne? Aber wenn ihr mal eine gute Stelle habt, so wie die jetzt hier oben, dann kann man damit auf jeden Fall Spaß haben. Das war jetzt ein bisschen sehr weit weg. Ach, der wollte die ja auch mal, okay. Es würde mich ja schon freuen, wenn der ein Maschinengewehr drauf hätte. Dann kannst du wenigstens dich gegen die Infanterie wehren. Oh. Den brauche ich. Aber das dauert noch. Lange. Für Bomber kommen die jetzt gerade hier entlang. Okay, da sind welche. Das ist schlecht. Denn ich kann gegen die nichts ausrichten. Außer... Mit dem Maschinengewehr. Habst du das Gefühl, der rennt jetzt ums Haus rum und will mich von hinten attackieren? Das wäre natürlich schlecht. Ach, komm. Ja, Panzergranaten halt, ne? Aber immerhin konnte ich euch einmal zeigen, dass man sich halt auch mit einem M1-Grunt jetzt anlegen kann. Wenn man ein bisschen Glück hat und der nicht zurückschießt. Hier haben wir mal viele Schlaglöcher. So, ich würde sagen, die haben wir gut im Sack. Oh, oh. Äh, okay. Ich bin mal aufs Endergebnis gespannt, weil ich das jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, ob das jetzt eine gute Runde war oder nicht. Na ja. Dann können wir erstmal einen Schluck trinken. Dann sehen wir mal das Ergebnis an. Okay, 14.000 Punkte. Ja, wow. Das war ja eine mega schlechte Runde, ey. Aber ihr habt's ja gesehen, ne? Also, ich hab mich bemüht. Ich habe mich bemüht. Und, ähm, es lief halt überhaupt nichts zusammen. Aber generell sind sehr viele Punkte gefallen, ne? Hier, äh, wenn ich diesen Namen alleine schon lese, ne, kriege ich einen Anfall. Das, das grundsätzlich, dass, dass die halt keinen Filter haben, dass du solche Namen halt nicht verwenden kannst, ne? Na ja, gut. Anderes Thema. Äh, ja. Punkte technisch. Haben wir auch alle wirklich sehr viele Punkte. Okay, bei denen waren es ein paar. Die haben noch nicht so viele Punkte geholt. Naja, was soll's. Okay. Ähm, ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da rum. Da würde mich sehr drüber freuen. Und, ähm, hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Also, bis dahin. Macht es gut. Ciao.